Weihnachten steht vor der Tür. 2015 ist fast vorbei. Ich bin heute auf meiner wahrscheinlich höchstwahrscheinlich letzten Outdoor Tour unterwegs mit dem Tom von Toms Outdoor Kanal. Zeit ein kleines Fazit zu ziehen. Es war mein erstes Jahr als Bush Brafter. Hab mit YouTube angefangen. Ist für mich Bombe eingeschlagen. Ich habe bis jetzt 75 Abonnenten. Hätte ich niemals geglaubt. Absolut eine geile Sache. Es ist eine super Community. Ich möchte mich bei euch allen recht herzlich bedanken, die ihr meine Videos liken, kommentiert, die ihr mir ein Abo da gelassen habt. Ich freue mich darüber riesig. Und in dem Sinne sage ich Ciao, frohe Weihnachten und guten Wunsch ins neue Jahr.